Hallo zusammen und willkommen zu diesem Video. Die Firma Rollei hat eine neue Stativserie ins Programm aufgenommen. Die Serie heißt Easy Traveller und tatsächlich ist der Name auch Programm bei den Stativen. Im Programm gibt es jetzt vier neue Stative, nicht nur für Fotografen, sondern auch für Videografen. Sie sind nicht nur leicht, sondern sie verfolgen auch gerade im Bereich Kugelkopf ein neues Konzept, das tatsächlich sehr interessant ist und die Frage aufwirft, kann die neue Easy Traveller Serie von Rollei vielleicht sogar das neue Volksstativ werden? Auf Wiedersehen. easy traveler die neue stativserie aus dem hause rollei wenn ich an stative von rollei denkt dann fällt mir sofort das c6i und auch das c5i ein über c5i habe ich euch ja schon mal ein video gemacht indem ich es als volksstativ bezeichnet habe denn tatsächlich ist es soweit verbreitet und es ist auch eines der meistverkauften stative deutschlandweit und da war ich natürlich gespannt ob rollei mit der neuen easy traveler serie jetzt an diesem erfolg vielleicht sogar anschließen kann die serie easy traveler ist tatsächlich dem namen schon geschuldet genau darauf ausgelegt es sind reisestative im grunde gibt es vier stative aber nur zwei basis stative die basis stative bestehen jeweils aus dem normalen easy traveler und dem easy traveler xl das xl und das normale gibt sowohl in bordeaux als auch in grau insgesamt sind es dann aber doch vier stative denn zur jeweiligen basis gibt es noch die möglichkeit entsprechend einen kugelkopf zu wählen oder einen video neiger das heißt wir haben einmal das traveler als fotostativ und als video stativ und wir haben das traveler xl als fotostativ und als video stativ das konzept ist etwas neuer etwas anders easy traveler klar man wollte gewicht sparen das heißt stative ganz klar aus carbon sieht man sehr schön hochwertig verarbeitet wir haben auch nur noch an einem griff entsprechend einen gummierten handgriff der zum beispiel ja ich möchte nicht sagen vom anfrieren der hand schützt aber wer schon mal in der kälte unterwegs war der weiß ja auch carbon kann recht kalt werden das heißt hier ja guten griff wenn es mal kälter wird dann der aufbau natürlich haben wir einen klassischen stativaufbau wir müssen ja unsere füße irgendwo versenken aber der schraubverschluss zwischen den einzelnen entsprechenden segmenten der es gewichen und wir haben jetzt bügel verschlüsse ihr seht hier bügel auf und dann kann ich entsprechend meine stativsegmente ausziehen das ganze ziemlich gut mit einer hand zu schließen und auch mit einer hand zu öffnen und dann auf bedarf auszuziehen wir haben am ende ich habe auch ein bisschen gesucht musste auch tatsächlich nachfragen spikes die sind integriert und zwar haben wir gummifüße und die müssen wir mit ein bisschen kraftaufwand hier runter ziehen und dann seht ihr dann sind hier die spikes ist natürlich gut wenn du durch den zoll fährst sieht man nämlich die spikes nicht hast du keinen ärger erste frage die mir ein workshop teilnehmer gestellt hat denn ich habe tatsächlich die stative schon seit einigen wochen ich konnte sie auf herz und nieren prüfen ich hatte sie zum beispiel mit auf dem harz workshop und habe sie ja so ziemlich allem unterzogen was ihr wahrscheinlich im laufe der zeit damit auch machen würde sie waren vielleicht mal ein bisschen schmutzig hier oben sehe ich gerade vielleicht sind sie auch ein bisschen abgeschrampft weil sie mal irgendwo runter gefallen sind sie standen im wasser um eben all das zu prüfen erste frage ja wenn das jetzt nass wird ist dann hier wasser drinne nein fallen die gummistopfen ab nein all das ist nicht passiert das heißt ja spikes integriert und dann seht ihr schon haben wir eine integrierte mittelsäule ja einige werden jetzt mit dem augen rollen und werden sagen ach nie nicht eine mittelsäule ich fotografiere doch gerne bodennah ja beim c5i war es ja in der letzten serie so dass ihr tatsächlich dann eure kurze mittelsäule dazu kaufen muss sind das ist hier nicht der fall sowohl beim normalen als auch beim xl habt ihr die mittelsäule bei aber ihr könnt sie abschrauben und das finde ich genial denn wenn ihr die abgeschraubt habt dann seid ihr natürlich in der lage extrem bodennah zu fotografieren das heißt mittelsäule abgeschraubt und dann ist das ganze kurz dabei kein aufpreis in diesem modell so ich pack mal weg denn ich möchte euch natürlich noch ein paar vorteile jetzt zeigen dann haben wir die möglichkeit mit entsprechenden schnapp verschlüssen auch gefedert gut gefedert unsere stativbeine in drei verschiedenen positionen einzurasten ihr seht hier oben der schnapper rastet dann immer ein und verriegelt das ganze auch sehr gut wir haben die möglichkeit auch hier seht ihr es immer das stativbein dass diese entsprechende abdeckung hier hat auch als einbeinstativ zu nutzen der grundaufbau ist der gleiche ihr schraubt das raus könnt die mittelsäule dann hier rauf packen dann habt ihr ein einbeinstativ auch das ist ja im grunde ein alter hut was kein alter hut ist und was tatsächlich die serie auch so ein bisschen neu macht ist die konstruktion des kugelkopfes denn es ist im grunde kein ganzer kugelkopf mehr sondern es ist nur noch ein halber ja ihr seht hier schon hier ist nur noch die hälfte das hat natürlich den vorteil im moment habe ich das ganze ein bisschen ausgezogen wir können es versenken und bekommen dadurch natürlich ein extrem tiefes packmaß und wir können in dem zustand auch extrem tief über dem boden fotografieren gerade im harz war es wichtig schön bodennah über die steine zu fotografieren und da ist das natürlich eine top gelegenheit können wir das ganze jetzt in verschiedenen winkeln ankippen denn so geht es ja tatsächlich nicht können wir dafür das ganze ein kleines bisschen ausstellen wieder festschrauben und dann wie gewohnt unseren kugelkopf in alle möglichen richtungen neigen und ja wir haben auch die möglichkeit so zu neigen dass wir im hochkant format fotografieren wollen wobei ich ja immer einen ellwinkel verwende das heißt diese funktion brauche ich im grunde nicht denn ich nutze einfach die ellwinkelfunktion klappt das ganze hoch und bin dann auch entsprechend ja genau im lauf meines also nullpunkt meines objektives das hast du ja nicht wenn du das ganze kippst und dann noch ein panorama machst übrigens panorama auch hier hat rollei sich natürlich was neues einfallen lassen zum kugelkopf und das finde ich tatsächlich eine coole geschichte ihr seht schon arretiert auch hier das ganze mit solch einem bügel so und jetzt kommt hier oben haben wir eine entsprechende aka swiss platte und dann seht ihr schon ich habe erst gedacht ja das ist hier noch mal zum arretieren ja wie weit kann ich diese platte aufdrehen platte an sich ganz klar ganz klassisch gegen verrutschen geschützt ihr könnt sie wenn ihr ganz aufträgt die platte runternehmen wir haben hier oben nochmal entsprechend natürlich eine wasserwaage auch ganz wichtig aka swiss kompatibel habe ich schon erwähnt glaube ich das heißt ihr könnt auch ohne probleme ihr seht hier zum beispiel ein ellwinkel drauf packen so und diese zweite schraube diese zweite arretierung schraube dies tatsächlich mal richtig genial überlegt denn für alle die jetzt vielleicht schon überlegt haben ja moment mal panorama nehme ich jetzt mein panorama auf das fehlt ja hier unten ja das hat man integriert und zwar hier oben diese zweite schraube wenn ich die löse dann habe ich jetzt die möglichkeit nämlich hier oben 360 grad im grunde die panorama platte zu drehen und aus meiner sicht macht es tatsächlich sinn denn viele stativköpfe haben ja jetzt eine doppelte panorama platte im grunde nutze ich aber auch immer nur die oben drauf denn ich bin ja wenn ich ein panorama mache dahin ausgerichtet dein stativ steht vielleicht manchmal so und du möchtest ja dann das panorama auch wirklich im horizont haben das heißt im grunde steht ja die platte hier immer im horizont und dann brauchst du auch nur hier oben diese panorama platte ja also das haben sie schon gut überlegt und auch hier da hast du dich schnell eingefuchst ich war jetzt tatsächlich am anfang so ab und an mal versucht hier das aufzudrehen und wieso geht jetzt meine kamera hier nicht runter ja weil ich die falsche arretierung erwischt habe aber nach zwei dreimal arretieren war das in ordnung sie dreht sich auch nicht alleine auf wenn ihr jetzt hier das ganze aufdreht dann seht ihr dann wird nicht gleichzeitig diese zweite schraube entsprechend gelöst das passt super hat sich also bei mir definitiv bewährt zwei wirklich schöne stative die roller herausgebracht hat wir haben noch ein paar gimmicks wir haben hier zum beispiel noch mal eine dreiviertel zoll aufnahme das heißt hier könnt ihr entsprechend dann ja noch mal eine schraubaufnahme reinpacken wenn ihr eine filtertasche ranpacken wollt oder sonstiges und wir haben noch ein kleines nettes gimmick verbaut ja auch das soll nicht unerwähnte bleiben für viele wird es vielleicht uninteressant sein aber ich möchte euch gerne zeigen und zwar haben wir inklusive und zwar hier unten versenkt im eigentlichen entsprechenden in der röhre liebe gerade abgebaut haben in der mittelsäule röhre ist ja auch gut in der mittelsäule aber es ist eine röhre man kann durchgucken okay noch mal versenkt eine aufnahme für ein smartphone und das finde ich tatsächlich ja für mich zum beispiel ich film ja viel mit dem smartphone finde ich das gut das ganze hier federgelagert das heißt ich brauche das hier unten abschrauben packt dann diesen entsprechenden zusätzlichen handy halter auf die akerswiss platte und schon bin ich gewappnet kann nicht nur meine normale kamera damit bedienen aufpacken sondern ich kann damit auch mit meinem smartphone film ist bei anderen herstellern tatsächlich nur gegen aufpreis zu bekommen insofern da finde ich schon eine nette sache ja gut und dass wir unten einen haken haben an dem wir zum beispiel unseren rucksack oder ähnliches anhängen können ja gut ich glaube das brauchen wir nicht näher ansprechen oder also grundlegend ja schöne neue stative leicht tragkraft beim kleinen fünf kilo beim großen zehn kilo wenn du mal mit dem teleobjektiv unterwegs bist und super handlich wie gesagt einige teilnehmer wollten sie mir schon quasi aus dem kofferraum raus abkaufen als wir auf dem workshop waren weil sie tatsächlich gut durchdacht sind leicht sind sie sind gut zu bedienen und das mit dem neuen kugelkopf das ist tatsächlich eine idee ich zeige euch mal hier den unterschied zwischen einem klassischen kugelkopf vom aufbau her und dem neuen kugelkopf hier von rollay und das macht tatsächlich viel viel aus am endeffekt bleibt nur die frage welches ist das richtige stativ für dich denn ja tragkraft und natürlich auch größe ist natürlich ja ein thema ja größe allerdings nicht wenn ihr das stativ ausfahren wollte da unterscheiden sie sich gar nicht so sehr sondern eher liegt es daran dass das kleine fünf kilo abkann und das große 10 ich zeige es euch noch mal im direkten vergleich damit ihr seht ich selbst bin 186 das heißt wir fahren jetzt auch mal das kleine stativ aus und stellen es mal neben das xl stativ wie gesagt beide stativen sowohl in bordeaux als auch in grau erhältlich ja ihr seht hier schon und dann können wir es daneben aufstellen ich versuche es mal hier so ein bisschen mit rein zu stellen dass wir die gleiche höhe haben so zack und jetzt seht ihr schon im grunde ist je nach aufstellung das kleine sogar ein kleines bisschen größer als das große obwohl es anders angegeben ist ja also das sind so jetzt vielleicht fünf zentimeter genauso verhält es sich auch mit der mittelsäule auch die könnt ihr entsprechend ausziehen habt dann nochmal eine höhe seht ihr da kommt ihr schon ziemlich weit heraus ja wie ist es mit der stabilität mittelsäulen sind ja immer so eine geschichte ja bei sturm würde ich es vielleicht nicht verwenden aber wenn du tatsächlich mal für eine kürzere belichtung ein bisschen höher hinaus muss vielleicht so ein zwei sekunden ist das definitiv zu gebrauchen das gleiche machen wir auch hier mal auch haben wir hier die öffnung und dann zeige ich euch mal am xl stativ ja auch das kann man natürlich ausziehen hier merkt man natürlich schon deutlicher deutlich mehr durchmesser auch von den stativ beinen auch hier das gleiche jetzt mal mit ein bisschen gewicht ihr seht das schon ja also für jetzt 30 sekunden langzeit belichtung bei netten sturm draußen würde ich es vielleicht nicht so verwenden ich selbst bin ja kein freund von mittelsäulen aber sie ist da und ihr kommt auf eine höhe ihr seht ich selbst 1,86 das heißt habt ihr schon eine stattliche höhe wenn ihr da mal ein bisschen höher hinaus wollt welches stativ ist jetzt für wen geeignet das wirklich eine sehr sehr gute frage im grunde müsst ihr euch selber fragen welche ausrüstung verwendet ihr habt ihr oft ein großes tele 70 200 oder vielleicht sogar noch mehr wie schwer darf das ganze sein denn tatsächlich habe ich für mich so ein bisschen das kleinere stativ in augenschein genommen denn es ist natürlich noch mal vom pack maße deutlich kleiner als das große stativ das heißt es nimmt beim transport weniger platzwerk und es hat 200 gramm weniger gewicht ja auch das ist natürlich nicht zu unterschätzen wenn aber was richtig stabiles haben willst ja so wie hier eingefahren die mittelsäule solltest du vielleicht doch eher mit dem xl liebäugeln jetzt kommen wir noch zum spannendsten und zwar zum preis aktuell gibt es eine rabattaktion die kann ich euch schon mal vorab sagen es gibt nämlich seit veröffentlichung 15 prozent den link dazu den rabattcode den schreibe ich unten in die video kommentare preislich sind wir beim uvp bei dem xl stativ bei 249 euro und beim normalen bei 219 euro und das noch mal minus 15 prozent ja da kommen wir doch schon in einen guten bereich wo ich sagen würde ja beide stative haben tatsächlich das zeug zum neuen volks stativ zwei wirklich tolle neue stative auch für alle video grafen die mit leichtem gepäck unterwegs sein wollen das normal easy traveler gibt es ebenfalls mit entsprechendem video neiger und das xl gibt es auch mit video neiger die frage ist ob rolle vielleicht künftig sogar beides als wechselsystem anbieten will oder auch kann dass man zum beispiel ein stativ kauft und dann entweder video neiger oder den entsprechenden kugelkopf nimmt den du zum fotografieren brauchst zwei schöne stative schaut euch mal an mir haben sie tatsächlich gefallen ihr werdet sie demnächst öfter mal bei mir im einsatz sehen gerade das leichte ja das hat mir irgendwie angetan tja lieben wird es das neue volks stativ was meint ihr schreibt mir mal gerne unten in die video kommentare easy traveler die neue stativserie von rollei was haltet ihr davon ist es notwendig das ganze noch kompakter noch kleiner zu machen oder sagt ihr mensch ich habe ein c5i da kann mich doch gut mit klar allerdings solltet ihr dann das auch mal in der hand gehalten haben ja vielleicht habt ihr einen händler eures vertrauens der das ganze irgendwie führt schaut euch definitiv mal an ansonsten hoffe ich natürlich dass meine kleine vorstellung euch gefallen hat vor allem habe ich sie ja tatsächlich schon über viele viele wochen im praxistest gehabt konnte tatsächlich so mal die ein oder andere sache die mir aufgefallen ist noch mal testen aber tatsächlich muss ich am ende sagen es gibt gar nichts negatives das gefällt mir aber nicht an einem video am ende eines videos wenn ich nichts negatives habe ich suche noch irgendwas das ist mir zu grau so also das ist das grau ist mir zu grau das hat den falschen rahl farbton nein quatsch beiseite zwei tolle neue stative schaut euch mal an ich hoffe die vorstellung hat euch gefallen dann lasst mir dafür gerne daumen hoch da und wenn wir uns künftig in einem meiner neuen videos wiedersehen wollen und ihr habt es auch nicht getan abonniert an dieser stelle natürlich kostenlos meinen kanal ihr lieben ich danke euch fürs zuschauen in diesem sinne bis dahin und